Servus, willkommen zu einem neuen Vlog bei Dänema. Ich bin Dan und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin gerade unterwegs, ein bisschen zu Fuß. Ich habe mein Hubsaug drauf und so. Ja, ruhig seid dabei, für trinken. Leute, wichtig, trinkt was. Mir persönlich ist es mir egal, was ihr mitnimmt, sei es Wasser, sei es Milch, sei es irgendwie Apfelsaft, Cola, kalte Cola halt so oder ein Bier, ist mir egal. Aber nehmt trinken mit. Ich bin gerade an sich unter einer Brücke. Ein bisschen, weil ich jetzt auch hier auf dem Hinweg zu dieser Brücke die ganze Zeit in der Sonde war. Ist aber nicht mein Ziel. Also die Brücke hier ist nicht das Ziel. Ich starte hier nur das Vlog und so. Und ja, ich will euch gucken, dass ich wieder in den Wald gehe. Und ja, ich war jetzt hier noch kurz unter dieser Brücke, weil halt hier auch Schatten ist und Schatten halt kühl und so. Aber wenn ich jetzt in den Wald gehe, dann habe ich erstmal bis dahin keine Schatte und bin teilweise relativ dann unter der Sonne. Obwohl ich sagen muss, ne, ich bin da hinten, ist da noch eine Brücke. Aber ja, naja. Dann gehe ich mal los. Yo, bin jetzt auf dem Weg. Ich weiß, man sieht mich gerade kaum. Wegen der Sonne und so. Ja. Dann einfach hieru' lauf. ich weiß jetzt gerade nicht gerade der spannende teil was ich jetzt sagen muss ist ja richtig in der sonne drin ja dann mache ich unter der nächsten brücke dann meine nächste pause warum ist besser kann ich auch jedem empfehlen wenn man draußen zu laufen geht und so und vor allem auch nicht gerade körperlich fit ist dann macht vor allem pause und das am besten im schatten und immer irgendwo dauerhaft schatten ist wie eben solche unter einer brücke oder so weil es besser wenn man die ganze zeit hier unter der sonne ausgesetzt ist ich sehe jetzt da vorne auch schon die abzeigung muss ich nach rechts laufen dann sind wir auch schon da ich melde mich dann wieder wenn ich dann da bin so letzte letzte brücke erreicht ihr seht warum ich hier klatschnass geschützt bin mein handy allerdings kann ich auch nicht mehr halten in der sonne habe ich gerade gemerkt als er knallheiß ja es hat auch hohe temperaturen wie hoch weiß ich nicht genau aber ja wenn ich dann wenn ich dann weiter gehen da mache ich damit ich mich erst mal nicht mehr bis ich in den wald bin ist besser weil erstens ja ich bleibe hier noch ein bisschen kurz weil weil es hier auch kühler ist und wie gesagt ihr seht da wirklich bin ich gerade tatsächlich voll geschwitzt wie noch was ja na ja ne ich denke ich geht es weiter man sieht sich so bin jetzt im wald angekommen richtig schön zu bewachsen als ich das letzte mal war aber hier noch nicht alles voll ja ich werde aber wahrscheinlich die meiste zeit hier nur laufen und kein video machen mich jetzt ehrlich jetzt gerade hier ein bisschen ich muss aber trotzdem noch ein paar sachen sagen so bin ich bin ich halt ganz ehrlich wenn ich halt jetzt hier durch hineinlaufen als irgendwie eine gruppe von hornissen sehe oder so dann würde ich direkt umdrehen bin ich ganz ehrlich weil ich habe dann irgendwie keinen bock dann irgendwie von hornissen oder so gestochen zu werden also sobald ich hier neun ist jetzt hier um ich meine die vier sind so groß kein bock da drauf das ist hier umdrehen und so ja sumpf ich glaube das ist sumpf ich habe keine ahnung grasbüschel aber überall ist so wasser aber ich merke jetzt auch jetzt wo ich hier im wald bin ist die luft aufschule tatsächlich ein bisschen frischer als drüben in der asphaltierten stadt ja 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 Echt wunderschön grün. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt zurückgehen werde. Ja, bin ich hier mitten im Wald und so. Und ich finde, das reicht auch. Also ich muss jetzt ja nicht irgendwie ganz tief frei. Nee, ganz ehrlich, hier reicht auch. Ich glaube, da ist jemand im Wald. Ja, ein Vogel. Okay. Auf jeden Fall, ich gehe zurück. Weil, besser. Ja. Ich weiß, das ist schon ein bisschen länger jetzt. Und ich finde auch, das reicht. Jo. Es ist aber trotzdem mal wieder schön, im Wald zu sein, ne? Ja. Ich weiß, es ist nicht gerade der beste Vlog, aber hey. Ist egal. Weil, ich bin immer besser als gar nichts. Ja, ich bin auch ein bisschen tief in den Wald. Naja, trau ich mir selber nicht zu. Ich meine nicht wegen Viecher oder so, sondern wegen körperlichen, ne? Naja, aber auf jeden Fall, ja. Also eines weiß ich jetzt. Das Hemd, das ich gerade anhabe, ist kein Waldhemd. Nee. Definitiv nicht. Wenn, dann muss ich mir das nächste Mal tatsächlich irgendwas schwarzes anziehen. Weil diese Farben, und vor allem auch dieses Muster hier von Pflanzen und so. Servus. Es lockt mir zu viele Viecher an. Soll ich eigentlich nach da hinten gehen? Äh, weiß ich auch eigentlich nicht. Nach da hinten geht's nach da. Kann ich vergessen, wenn ich jetzt mal nach da läufe, nach da gehe, ich will gleich irgendwie so eine Wespe oder sowas um mich gleich herum. Ja, das ist ganz richtig, völlig unangenehm. Völlig unangenehm. Ja, super. Ich bin, ich bin froh, dass in der Richtung noch da noch ein Ausgang ist, wo ich reingekommen bin vorhin. Sonst. Sonst hätte ich jetzt ein Problem. Aber wie gesagt, ich kann da hinten nicht entlang laufen. Weil gleich echt hat dieses Viech kommt. Ich. Und was ich auch nächste Mal machen, wenn ich wieder in den Wald gehen sollte. Das ist, ich werde mir lange Hose anziehen. Also ich bin gerade mit kurzen Hose im Wald. Riesenfehler. Mach das niemals. Weil. Ne, mit einer kurzen Hose. Also ich bin gerade mit einer kurzen Hose im Wald. Ah. Ah. Schon wieder, Alter. Ah, Mann. Vielleicht wird ich gerade wirklich von Viechern gestochen wie noch was. Hier. Ah, Mann. So ist es immer. Du denkst dir so, hey. Ich mach einen schönen Waldtag. Und dann am Ende. Bist du von Viechern gejagt. Von irgendwelchen Wespen oder so. Und den hat er von Mücken gestochen. Da ist super. Ich kann nicht froh sein, wenn ich kein Ebola oder so eine Scheiße bekomme. Junge. Ne, ganz mehr, ich hab keinen Bock auf Ebola oder so eine Scheiße. Ich will es nicht triggern, aber jetzt fehlen nur noch die scheiß Hornnissen. Jetzt fehlen nur noch die scheiß Hornnissen. Und dann ist der Tag wirklich. Und dann ist das Ding wirklich am Arsch. Das ist super. Ja, ne, Leute. Guckt euch mal hier den Mückenstich an. Das ganze Rote ist Mückenstich. Alter. Ne, sorry, wenn ich das so sage. Aber das war ein scheiß Tag. Ja. Also ich bin mit einer positiven Einstellung in den Wald gegangen. Und jetzt komme ich wieder negativ raus. Ja, super. Und das ist aber auch ganz eigener Grund, warum ich pessimistisch immer bin. Und immer so, hm. Warum? Weil immer wenn ich mal optimistisch bin, dann wird mir alles verdorben. Und deshalb bin ich eigentlich pessimist. Ich bin mit einer optimistischen Einstellung in den Wald gegangen. Habt ihr aber wahrscheinlich safe gesehen. Und jetzt habe ich eine ziemlich pessimistische Einstellung gerade. Jetzt noch über die Straße. Ich war noch nie so froh. Ich war schon lange immer so froh, irgendwie hier wieder auf dem Asphaltierten Teil zu sein. Für den Moment. Nur für den Moment. Ne, aber ich bin gerade einfach nur froh, daraus zu sein. Von den ganzen Schnackenstichen und so. Toll. Ich weiß nicht, wie ich diesen Vlog nenne. Ja, also dieser Tag wird gerade wirklich von Moment zu Moment echt immer, ja, mieser. Warum? Nicht nur. Die gerade angegörnten Sachen. Ich habe vielleicht etwas vergessen zu sagen. Ja, habe ich. Ich bin vorhin möglicherweise, als ich im Wald war, auf ein riesiges Nest von der, ich weiß nicht, Eichelprozessionsspinnerraupe gelaufen. Das Problem ist, diese Raupe kann zum Tod führen. Irgendwie, also Atemproblem herbeiführen. So, das Problem ist nämlich gerade, ich hatte hier gerade eine, auf diesem Ding, eine Raupe. Ich weiß, weil ich mich nicht mit der Natur auskenne, weiß ich nicht, ob das gerade eine war. Ich weiß nur, die war grün. Also wenn in der eigenen Position manchmal nicht grün ist, dann bin ich safe. Wenn nicht, tja, dann ist das hier vielleicht auch mein letztes Video für immer und ewig. Ich hoffe natürlich das Beste, aber ja, das heißt, aber das Zeitpunkt hat mich immer mehr eigentlich. Schlechter Tag. Boah, Alter, fahren die Autos hier nah dran. Aber super. Zuerst von der potenziellen Wespe gehackt, dann von Mücken vollgestochen, dass ich riesige Flecken habe. Und jetzt noch einen potenziellen Eichenprozessionsspieler auf meinem Hemd gehabt. Das Problem ist an diesen blüden Raupeviechers halt, an diesen Prozessionsspieler, wenn es einer wisst. Der hat so Sporen irgendwie. Und wenn man die irgendwie abbekommt, tja, dann kann man Atemprobleme bekommen, wenn man Pech hat, dann auch daran sterben. Aber wer weiß ja nicht, dass Pech hat. War das tatsächlich so einer, wenn ich Pech habe? Ich kann euch mal hier als allerletzten Punkt noch mal sagen, es war kein Eichenprozessionsspieler. Das war einfach nur eine ganz normale Raupe. Ja. Wenigstens das ist es. Es ist jetzt tatsächlich einfach ein geiler Moment. Es ist wirklich gerade, jetzt ist, also damit kann ich wirklich sagen, das Video geht mit einem der schönsten Gefühle ever aus. Warum? Ich kenne nicht das Gefühl, wenn ich irgendwie so ist, ich hatte gerade halber wirklich so, teilweise schon Panikzustände. Jetzt habe ich halt jemanden gefragt, ja, könntest du mir wirklich hier googeln für mich, nach dem und dem, weil ich habe hier draußen in der Internet. Also nach dem Eichenprozessionsspieler hat er mir ein Bild gesagt, ich so, okay, gut. Die Raupe, die hier auf dem Hemd war, die war grün, und hatte übrigens keinerlei Haare. Der Eichenprozessionsspieler ist eher so grau und voller Haare. Moin. So, und damit würde ich jetzt sagen, das war es mit dem Video, mit diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Und ein Abo, würde mich sehr freuen. Lasst ein bisschen diesen Kanal hier explodieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich mache. Und, ja, ich wünsche euch noch einen guten Start in die nächste Woche.